hey leute was geht herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen video diesmal ein let's random damit fangen wir neu an und mit dabei ist mein bruder hey leute ich bin der gel 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 ich kann kein deutsch ich kann kein deutsch ich finde das witzig also er kann kann deutsch er kann ein bisschen deutsch und wir zocken PS3 wir spielen Ghost wie ihr sehen könnt auf dem Screen natürlich okay wir fangen sofort an ich will sich wir haben Hüter auf unser Haar scheiß aussehen weil heute keine Schule ist und dann keiner okay und was spielen wir Ghosts ja ist gut das ist ein Spiel standard ok sucht du dir aus kärts bin wieder um die Menschen nicht wundern ich bin ein totaler nur bin solchen mit er spielt gut das Spiel gut und nein ich hasse weg ok ich ich hasse diese map weil ich das scheiße spiel ist ganz auch reden nur ein bisschen nur so oder so dein penis okay lass uns anfangen palermo hat schon angefangen nicht mehr so ich bin oben nein 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 okay wie ihr sehen könnt also ich bin oben er ist unten und da haben wir sex das ist unsere sexstellung wenn wir sex haben bin ich oben und er ist unten manchmal tauschen wir das ist nur ab und zu so ich bin scheiße bin ich schlecht nein 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 Hilfe ich bin tot warum warte ich die die Waffe scheiße nur deswegen bin ich gestorben und immer ein Spadrass im Sonne und weh nein okay ich tue manchmal untertitel rein weil irgendwann mal sprechen wir wieder auf portugiesisch weil er halt der beste deutsche ist den ich kenne nein warum ich habe keinen einzigen getötet ich habe score von 03 nein oh snap das ist kein Essen einfach das mit dem termo muss übrigens sein weil ich halt genug bin deswegen macht das auch so spaß zu spielen so viel spaß das stört man nicht so oft da stört man nicht so oft wo sind die nein 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 ich habe noch nein 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 ich habe keinen getötet ich bin fünfmal gestorben und habe keinen getötet guck mal ich ja ah 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 Killcam ich bin in der Killcam bin ich gut Ah ich bin erster Platz haben ich hab nicht meinen das ist ich hab keinen capture ich hab gar nichts null punkte so nubig bin ich normalerweise nicht aber was 205 das hat xp bekommen warte neuner war great soldier ich muss diese komische Schneeflocke weg machen die erste er wusste ich mag die aber auch nicht ich mag ich mag die aber auch nicht mache ich einfach das da ok ich mache ich mache ich mache und da auch die ok was und match beginn nein aber okay ich spiele mit Sniper ich habe thermal ich kann den pc in deinen augen sehen das spiegelt sich wieder das macht spaß zu zocken oder vor allem wenn ihr gerade so mitzockt ich weiß jetzt nicht wie lange das Video wird ich werde versuchen das einfach so 20 Minuten oder so zu machen wahrscheinlich das jetzt die letzte Runde oder so ach so stimmt wir machen ja Domination habe ich voll vergessen ich spiele mal Team Dead Mensch deswegen du bist Dom Alter ich bin der Berliner der Kölner Dom Berliner Dom ich habe gar nichts verstanden ich habe gar nichts verstanden ich habe gar nichts verstanden warte 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 da kommen wir mal welche Okay, warte, ich geh zu A Wenn ich's bis dahin schaffe Oh, nee, ich bin tot Ja, oh, fuck, 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 fuck Oh, ich hab mich schon mal Oh, ich hab ein Getötet mit der Mine Nicht mit der Mine, sondern mit der Mine Wo? Wo was? Wo was? Da oben ist einer Nein Oh, nee Oh, nein, ich hab Angst Ich werde sterben Ich werde sterben Ich laufe mir einfach durch die Mitte Nein, 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 nicht sterben Dieser Move Oh, verdammt Oh, nein Oh, das war's gar nicht du Ich mach jetzt auf Kämpfer Warte, ganz easy Da eine Mine, gucken, ob da einer kommt und da ist einer Oh, ich hab ihn getötet Ich hab einen Kill Nee, ich hab zwei Kills Wow Wow, das ist gut Ich hab zwei Kills, ich bin gut Oh, da war einer Da, ah, hm Hacker Ist er tot? Ist er tot? Mann, ich hab Angst Irgendjemand hat mich abgeschossen Nein, ich bin gut Haha Oh, bin ich gut, Mann Bin ich gut Ich hab, ich hab schon drei Kills Ich bin, ich bin gerade Beste Zwar nicht, aber Wir tun mal so Da Hey, Hitmarker Nein, 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 nein Oh man, ich bin so scheiße mit Sniper Oder allgemein bei diesem Spiel Oh Oh Ist der kaum noch, wenn man weiß, was ist Oh Hä, wo ist er hin? Nooo 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 Wurde hier voll konzentriert Ja 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 Oh What Nein Nein, nein Ich krieg der nicht Okay Ich, ich geh links lang Okay Ich tu die Ah, da Da Ich bin tot Und äh Nur so um jetzt hier Euch Bescheid zu sagen Das ist äh Let's random Das neue Format Also das wird nicht immer nur Ghost sein Das ist jetzt einfach so random Weil es einfach immer was Neues ist Ich kann jetzt nächstes Mal vielleicht wirklich wieder Ghost machen Aber irgendwann mal vielleicht GTA 5 oder keine Ahnung Also immer das spielen, wozu ich gerade Bock hab Und das dann aufnehmen Weil Ich weiß nicht, man hat immer dieses Gefühl, man will immer mehrere Sachen aufnehmen Und let's random hat mir einfach dieses Die Möglichkeit gegeben, dass ich alles aufnehmen kann, was ich will Oh, ich hab ihn getötet Nein Nein, Hitmarker Hitmarker So Und jetzt gehe ich Nein Nein Ja Oh, verdammt Da war einer Da war einer Da war einer Ich hab ihn gesehen Was? Wo? Hä? Ich hab doch Da war doch noch einer Das war nicht alles Ich weiß, da war noch einer Nein Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Verdammt Da war noch einer Oh 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 Nein Sie haben A Die haben A Die haben A Die kriegen A We lost Alpha We lost Alpha We lost Alpha Is das einer? Oh Ja Oh fuck, nein Aber da war einer Nein War da gerade einer? Hm Verdammt, ich hab Angst Ich mag diesen Teil der Map nicht Ich hab aber auch Ich hab A Ich hab A Ich hab A Und da ist Nein Und da ist ne ne Mine bei A Ich hab ne Mine bei A gelassen Ah, Mann Die sind bei A Bei A verabschieden ruhig ich bin immer noch positiv die nächste nicht mehr jetzt bin ich ein Betrag war Warte, warte, warte. Kommt keiner. Jetzt zeige ich euch den besten Trick, den man machen kann. Kommt hier, lässt dann eine Miene und kämmt hier in der Ecke. In der Ecke, chill. Normal, okay. Ja, aber ich werde das jetzt nicht vorstellen. Was? Was? Nicht dein Ernst, da kriegt ein anderer... Guck mal, Trickshot. Der... Ja, Trickshot. Du musst lauter sprechen, sonst hört dich keiner. Und... Ein Nuke. Ich verstecke mich hinter der... What the fuck? Was war das denn für ein Sprung? Okay, hier hatte ich noch nie gesehen, dass jemand den Campstrike hatte. Okay, voll geil. Jetzt kann ich den Titel sagen, hier, Campstrike of Stone... Stonehaven. Bloß, dass das nicht ich war. Ich habe ihn noch getötet. Was? Ich kann gar nichts sehen. Ich sehe nichts. Das ist, als hätte ich hier einer von Atomwurz geschossen oder so. Ja. Ja, das ist irgendwie so ein Atomwurz. Oh. Ah, 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 ah. Ah. Ah, guck mal, es ist ein Boom. Nein, ich hätte die Ahle doch fast. Ich war doch fast da, warum... Du Arsch! Ganz wenig! Ich auch nicht. Das ist voll scheiße. Camp Strike ist das Sch... Schlechteste, was mir passiert ist. Wen die Gegner es hatten. Ich hatte noch nie einen Camp Strike. Ich auch nicht. Okay, I.M. Strike. Keine Ahnung, wie das jetzt ausgebrochen wird. Ich camp jetzt hier oben. Camp Strike. Camp! Camp Strike. Oh, da war noch einer. Nein, nein, da war noch einer. Oh, nicht. Na, da, da, da. Ja! Zum Glück ist es so dunkel. Jetzt könnt ihr mich gar nicht sehen. Da vorne war noch einer. Oh! Man scorelt wieder positiv. Ich dachte, das wäre dann nicht, weil er nicht so weiß angezeigt wurde. Da vorne. Weh. Wuh. Sie können mich nicht sehen, deswegen kill ich die. Sieht? Wichtige Brücken. Guck auf einer kommt. Wahrscheinlich kommt gleich eine. Nur ich hab'n Hundi! ich hab ein Bauvorhaben warum ich hab ein Bauvorhaben wo wissen du er kriegst du allein ich guck mal einmal zu klären der ist unser Freund und da ist unser Hund das ist unser Kumpel wo ist ein B ach dein in der Wurst in der Burg in der Wurst was was ne das geht nicht wo bist du gestorben B ich hab nen Hitmarker ich hab nen Hitmarker ja ich hab nen Longshot ich hab nen Long ich hab Schott ich hab Schott was willst n du von mir komm und die streicheln das war mit nem Messer gestreichelt nein wir verlieren wir verlieren oder oh scheiße da weiß einer wo ich bin wo ich bin guck mal A guck mal A löchst du mich ab löchst du mich ab löchst du mich ab nee mein Sch guck mal A guck mal A wo ist A wo denkst du du ich denke nicht what hä hier war doch grad noch ein also da vorne noch mal einer ja ok hab ihn wow 16 ich wollte 16 9 sagen jetzt muss ich 16 10 sagen wir müssen 3 3 3 3 3 3 3 capture also alle ja genau kapturieren wie heißt das wort auf deutsch 1 sammeln nee keine Ahnung Capture also kriegen schreibt mal in den Kommentaren wie Capture auf deutsch heißt ich hab sie nicht vergessen da war doch einer und schreibt mal auch ob ihr wirklich findet dass ich ein Noob bin oder ein Super Noob oh wir haben verloren ja 16 10 ich hab einen besseren Score als du um mein erstes Mal ich bin oh man ok ich glaube das war es eigentlich auch für dieses Mal oder ja dann sehen wir uns im nächsten Netzern und bei irgendein random game oder oh VKS hab ich das jetzt gewonnen oder du das hab ich gewonnen oder oh warte weg von dein Lobby ich muss das eben ein das heißt äh süße Kartoffel Zucker Kartoffel weiß nicht süß Kartoffel oder so und 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 wo ist das wo ist das wo ist das brosch ok ihr habt Glück dass unten die Subtitles stehen sonst sonst würdet ihr manchmal nichts verstehen ok Leute und ja das war es eigentlich für die hier mein anderer Soldat heißt Make-Away hier sind die Waffen hier sind die Klassen keine Ahnung ich spiele eigentlich nicht so richtig ja die Klassen die ich benutze sind eigentlich immer die die und die und ich weiß das war dumm dass ich diese Klasse hier wieder gemacht habe mit dem Schneeball warum Schneeball nicht bald ich will Delta ja Delta jetzt hab ich die Vorderung über Delta ok Leute und ihr seht ja mein türkischer Charakter da hinten sieht genauso aus wie ich bloß ohne Haare und mit ein bisschen mehr Schnurrbart und weniger Bart und dann Gangster ja da sagt ich bin Gangster weil ich letztens bei Rasinen ich hatte einen Unfall und dann hab ich halt also ok ich erkläre das ein bisschen besser ich hab die Maschine hab ich mich rasiert und dann hat mein Augenbrau gejuckt und ich hab mit der Maschine kurz die Augenbraue gekratzt und die war an und dann hab ich mir halt so ein Strich reingemacht und dann kommt der an bei mir und sagt oh du sie so aus wie ein Gangster weil ich ein Stück Augenbrauch fehlt ok egal ok wir sehen uns beim letztes mal beim letzten mal beim nächsten mal ja bei let's random Hexland oder was auch immer also dann High Five willst du den High Five komm mach zu den High Five ja High Five High Five hey